Duisburg Hauptbahnhof, der einzige Bahnhof der Welt, der nur von Panzerbahn zusammengehalten wird. Ein Stern, weil der Bahnhof hilft, aus Duisburg wegzukommen. Wenn es um Werbung für Panzertipp ginge, würde ich 5 Sterne vergeben. Es geht aber um einen Bahnhof, an dem trotz Überdachung die Bahnsteige nach einem Regenschauer nass sind. Das Ambiente wirkt heruntergekommen und das umherstreifende Publikum unterstreicht das auch noch. Ich fühle mich an diesem Bahnhof aus mehreren Gründen nicht sicher. Update, die DB entfernt jetzt das Panzertipp. Natürlich hat das Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr. Ich stehe hier seit 5 Minuten und mir wurde noch nichts angedreht, bin sehr enttäuscht. Wäre eine gute COD-Map für die Zeit nach einem nuklearen Fallout würde realistisch wirken. Ist ja schön und nett hier, aber waren sie schon mal in Mühlheim an der Ruhr? Da kommt man richtig zur Ruhr. Auf Verspätung und Ausfälle ist 100% Verlass. Ja, sorry was soll man auch zu Duisburg schreiben?